Spielt ihr Präsident damit nicht Putin in die Hände, indem er mit einer solchen Entscheidung den Westen spaltet? Ja, auch vor allen Dingen um diese Großoffensive, die alle erwarten im Osten, um den Donbass in der Ukraine anders zu gestalten. Alle sagen, das wird die Schlacht um den Donbass, das wird vielleicht sogar die Kriegsentscheidung. Wie sehen Sie das? Man braucht Gerät, um sich zu verteidigen. Aber inwieweit hilft Gerät, auf das die ukrainischen Soldaten vielleicht gar nicht geschult sind? Also mit dem sie dann sogar vielleicht im Gefecht Probleme haben können? Danke.